Willst du brennen oder gar nicht in unserer Basse, Alter? Hier habe ich in den viel zu großen Raum reingebucht, Alter. Ey, ohne Scheiß, ich sollte gar nicht in so einer Stadthalle spielen. Jetzt ist alles Corona-bedingt. Ich habe zwei Techniker gerade. Wisst ihr, wie viele Leute die gerade arbeiten? Hier ist jemand von einer freiwilligen Feuerwehr hinter der Bühne. Diese freiwillige Feuerwehr? Aber bei meiner, was ist... Willst du brennen oder gar nicht in unserer Basse, Alter? Es hat dann eine große Pyrotechnik und ich weiß es nicht. Ich bin so, hey, warum mache ich keine Pyrotechnik dabei? Warte, fuck! Hinten geht es übrigens, da ist eine Wand. Und es ist einfach ein riesen Raum, eigentlich. 900 Leute passen hier rein. Und die habe ich hier reingebucht. Wir buchen einfach gegen Alter die längste Star-Arena, okay? Dann sind wir auf der sicheren Seite, Karus. Dann sind wir auf der ganz sicheren Seite.